Herzlich willkommen zum Singenden Adventskalender, heute am 24. Dezember, dem letzten Adventstag. Weihnachten beginnt am 25. und nach jüdisch-christlicher Tradition beginnt mit dem Abend der neue Tag, so wie es bei der Schöpfung war. Und deswegen feiern wir heute, wenn es dunkel wird, die Geburt Jesu Christi. Also heute am 24. das letzte Adventslied. Ich singe mit Ihnen das Lied Nun sei uns willkommen, Herr Christ, das das älteste überlieferte deutsche Advents- und Weihnachtslied ist. Singen Sie mit! Und ich öffne die letzte Tür. Das älteste deutsche Adventslied wird manchmal auch als ältestes deutsches Weihnachtslied bezeichnet. Sei willkommen, Herr Christ. Und das Tolle ist, dies gibt es als eine Handschrift in Aachen. Man nimmt an, es ist aus dem 11. Jahrhundert, also ganz frühe Zeit. Die Handschrift ist ein bisschen jünger, aber vollständig findet sie es hier in Erfurt, in der Erfurter Handschrift um 1394. Sei willkommen, Herr Christ, wann du unser aller Herr bist. Sei es willkommen, liebe Herr, Herr in Ertrüche, also schone, Kyrieleis. Und daraus hat in den 1934 Walter Rhein einen Kanon gemacht. Nun sei uns willkommen, Herr Christ, der du unser aller Herr bist. Willkommen, Herr Christ, der du unser aller Herr bist. Herr Christ, der du unser aller Herr bist.